Kein Bock auf langweilige Kartoffeln? Dann probiert doch mal Gitterkartoffeln und jetzt hört euch mal bitte diesen Crunch an. Dafür müssen wir natürlich erstmal Kartoffeln schälen, danach die Kartoffeln in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und in kaltem Wasser die Stärke abwaschen. Jetzt zwei Stäbchen wie im Video gezeigt an die Kartoffeln legen und von der einen Seite gerade und der anderen Seite schräg anschneiden, sodass so ein Gitter entsteht. Die Kartoffeln jetzt nur noch goldbraun frittieren, mit Salz und Gewürzen bestreuen und genießen.